Hallo zusammen, ich hier jetzt wieder euch, und heute bin ich wieder für euch in Battlefest oder unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine kleine Folge von meinem kleinen Gold-Tagebuch präsentieren. Ich hatte jetzt eine Woche pausiert, liegt daran, dass in der Woche nicht sonderlich viel goldtechnisch passiert ist. Ich habe relativ viel Zeit in andere Sachen in WoW investiert, wie zum Beispiel diesen schicken Drachenmeer zu erspielen, also sprich den Raid einmal zu clearn und meinen Chart zu gieren. Und dementsprechend ist leider nicht viel Gold zusammengekommen. Und jetzt nehmen wir quasi in diesem Wochenrückblick zwei Wochen rein, also sprich die eine Woche, wo ich nicht viel gemacht habe, da habe ich auch leider meine Berufe auslaufen lassen. Also ich hatte keine Items mehr im AHA, deswegen hat sich das nicht gelohnt und geboostet hatte ich auch nicht viel. Sprich die erste Woche war an sich kaum Gold, vielleicht 1.000, 200.000. Und jetzt in der zweiten Woche haben wir das erwirtschaftet, was ich euch jetzt zeigen will. Ich habe nämlich jetzt auch wieder angefangen, Expulsum zu shufflen. Ich habe wieder angefangen, neue Items herzustellen, in Saha zu hauen. Und ich kann euch sagen, mittlerweile lohnt es sich tatsächlich auf manchen Servern wieder, die 400 Items in Saha zu stellen, weil man kann damit tatsächlich ein bisschen Gold machen. Da werden wir aber gleich noch reingucken. Jetzt schauen wir als erstes mal auf die Tabelle, wo wir jetzt letztens waren. Und zwar, wir waren in Woche 14 hier unten und waren zuletzt bei 13,5 Millionen in etwa, so Pi mal Daumen. Und jetzt haben wir quasi eine Woche ausgelassen. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt am besten machen, ob wir da jetzt, dann funktioniert mal eine Formel nicht. Wir nehmen jetzt halt einfach hier die Woche 15 und, ja, wir nehmen jetzt einfach die Woche 15. Eine haben wir jetzt halt ausgelassen, ist aber jetzt nicht so schlimm, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, auf was für einen Stand sind. Wir waren das letzte Mal auf meinem Main-Account bei knappen 7 Millionen. Ich habe jetzt wieder ein paar Sachen geboostet gehabt. Bin jetzt bei 7,9 Millionen, also fast, ja, fast eine Million, 900.000, so im Drehrum, über Boosting-Geschichten plus gemacht. Tatsächlich noch ein bisschen mehr. Ich habe relativ viel Gold ausgegeben für Raid-Materialien. Ich war ja sehr viel im Plus Raiden und da geht natürlich einiges an Flask-Pots, Buff-Food und Runen tatsächlich drauf. Deswegen, ja, haben wir da wahrscheinlich noch einen Ticken mehr gemacht. Aber was ich da jetzt genau wieder ausgegeben habe, kann ich nicht sagen, ja. Dann würde ich sagen, schauen wir als erstes einmal in den Postkasten. Und zwar, das ist hier vom Main. Da haben wir jetzt tatsächlich 100k drin. Da sind halt hauptsächlich jetzt die Schmiede- und Lederer-Items auf Antonidas dabei. Und ich habe hier auch einiges noch an, ja, irgendwelchen Mats verkauft, die ich eigentlich so nicht verkaufen wollte. Aber gut, die sind jetzt hier auch noch quasi mit als Kleinvieh mit drin. Und dementsprechend nimmt man das Gold natürlich auch gerne entgegen. Da muss ich vielleicht mein TSM nochmal ein bisschen umstellen, dass es die hier rausfiltert und dass ich das Zeug vielleicht dann am besten zu einem anderen Twink schicke. War jetzt aber auch teilweise noch ein bisschen das Aha-Buggy. Am Anfang 8.3 hat es da ja ein bisschen Probleme gegeben. So, dann haben wir jetzt hier einen Ticken über 8 Millionen, was doch sehr schön ist. Und dann würde ich sagen, switchen wir gleich mal auf einen zweiten Account drüber. Und da können wir jetzt vorher mal noch gucken. Ich bin jetzt hier overall bei glatten 6 Millionen. Und bevor wir jetzt hier weitermachen, muss ich von dem Dude hier weggehen, weil da hat irgendjemand so einen Roboter am Laufen. Und das ist die ganze Zeit am Sohn. Also bei ziemlich glatten 6 Millionen. Wir hatten aber 6,4. Also ich habe tatsächlich jetzt hier, bevor wir das Gold rausnehmen, auf den ganzen Servern 400 Kaminos gemacht. Liegt daran, weil ich sehr viel investiert habe, um quasi Expulsum zu schaffen, um neue Items herzustellen. Und dementsprechend hat das natürlich auch ein bisschen Gold gekostet, da in die Produktion wieder einzusteigen. Also bloß, dass ihr wisst, das, was ich jetzt gleich mit den Twinks rausholen werde, ist natürlich nicht nur reiner Gewinn. Der Gewinn kommt jetzt. Da waren die Investitionen quasi die 400 K. Das ist jetzt erstmal mein Crap-Char auf Antonidas. Da verkaufen wir alles Mögliche. Wie ihr seht, von irgendwelchen Beinplatten bis irgendwelchen Pads und Transmog. Transmog, also hier ist sehr, sehr, sehr viel Kleinmiss dabei. Das haben wir ein Ding, was ein bisschen mehr wert ist. Hier waren so Stiefel für 25 K haben wir anscheinend die verkauft. Was haben wir hier? Ein Jungtier für 3 K. Also da sind jetzt lauter so Sachen dabei, die sich so über den Laufe der Zeit ansammeln. Und die man dann halt versucht zu Gold zu machen. Ihr seht, ich habe hier auch noch einiges im Inventar. Rezepte, Transmog, Pads, also alles Mögliche. Und ich versuche halt alles immer wieder ins A zu hauen. Mittlerweile hat der Char 1500 Items, die ich immer wieder reinhaue. Ich habe jetzt auch angefangen, hier das ganze Zeug auf 48 Stunden hochzusetzen. Also habe mir mal die Mühe gemacht, in TSM zwei Gruppen zu machen. Eine normale, wo ich jetzt meine Craft-Items reinbaue, die ich ja dann auch immer wieder resette, also oder refreshe quasi, dass ich die rausnehme aus dem A und wieder neu einstelle. Und dann dementsprechend habe ich jetzt einmal noch die andere Geschichte für die langfristigen Items. Und ja, die hauen wir dann halt für 48 Stunden rein, weil das Zeug, da werde ich jetzt nicht sonderlich oft unterboten. Fainty, ich wünsche dir eine gute Nacht an der Stelle. Gut, okay. Dann schauen wir mal, was wir jetzt hier insgesamt rausgezogen haben. Wir haben knappe 70, 80k. Das ist gar nicht so schlecht. Zwei Mails haben wir noch drin. Die warten wir jetzt noch kurz ab und ziehen die auch noch raus. Okay, anscheinend waren die schon mit drin. Hier haben wir nochmal ein leeres Mail-Stück. Okay, dann sind wir hier bei 78k. Gehen wir einmal hier rein. Ich stehe übrigens hier mit dem Char rum, weil ich mit denen auch nebenbei Rares umboxe für Mounds. Und deswegen hatte ich jetzt auch in der ersten Woche eigentlich mit den Berufs-Chars fast gar nichts gemacht, weil ich die dann halt dafür benutzt habe, mehr IDs zu haben auf die Rare Mobs, weil ich bin ja auch so ein bisschen am Mount farmen. Und dementsprechend, ja, ist das ein bisschen hinten übergefallen mit dem Goldfarmen, denn ich farme ja das Gold auch hauptsächlich, um mir dann teure Mounds kaufen zu können. Und das nächste, was halt auf der Liste steht, ist hier das Magic Rooster Egg. Und ja, da brauchen wir ein bisschen mehr Gold. Irgendwas zwischen wahrscheinlich 15 und 20 Millionen, irgendwie so, um den Dreh rum. Und da bin ich auf jeden Fall fleißig dran. Und mal gucken, was wir zum Ende hier nach den zwei Wochen rausgezogen haben. Ich hoffe, dass wir zumindest so ein bis zwei Millionen nochmal gemacht haben, dass wir dem Ziel wieder einen Ticken näher kommen. So, der steht hier auch im Schrein rum, wie ihr seht. Und zwar werden wir jetzt hier auch einmal gucken. Das ist mein Schneider-Char. Und ja, da haben wir jetzt schon wieder ganz gut was rausgezogen. Ihr seht, einige Items hier eingestellt. 104k ist jetzt nicht übertrieben viel, aber auf jeden Fall eine Summe, wo ich mit leben kann. Und das habe ich jetzt wirklich die letzten vier, fünf Tage gemacht, obwohl der Zeitraum jetzt zwei Wochen war, weil ich davor halt einfach nichts mehr im Haar hatte. Ich musste erst mal alles neu craften. Ich habe es tatsächlich ein bisschen zu sehr schleifen lassen. Gut, dann können wir gleich wieder umloggen. Zwei Chars habe ich hier auf Antonidas noch. Und zwar einmal meinen Ingi-Char. Da habe ich aber tatsächlich nur, lass es vier, fünf Linden sein. Also da kommt tatsächlich nicht die große Gold-Summe zusammen. Dabei können wir hier schon mal was eintragen. Wir sind jetzt bei 8,80 Millionen. Das sind noch recht gute, gerade Zahlen. 8,80 Millionen haben wir hier schon mal drin. Also auf dem Main-Account haben wir ein bisschen über eine Million tatsächlich plus gemacht. Und jetzt interessiert mich natürlich, was wir auf dem zweiten Account gemacht haben, wo ich ja nur Berufe habe. Ob man die Investitionskosten schon quasi nach einer Woche wieder einspielen konnten oder ob das jetzt ein bisschen länger dauert. Also ich habe teilweise, ich glaube auf Antonidas und Blackmore mal 100.000 Stoffe gekauft. Also wirklich richtig, richtig viel, um dementsprechend das Expulsum wieder nachzuschaffeln. Und für die Leute, die jetzt auch mit dem Beruf ein Gold machen, die wissen, die Expulsum-Kosten wurden erhöht. Teilweise kosten die Sachen 3, 4, 5 Expulsum pro Item, das man herstellen kann. Und dann wird das natürlich schon teuer. Zudem sind natürlich auch die Preise für die Stoffe hochgegangen. So, jetzt nehmen wir hier nochmal 11k raus. Das ist nett für das Ingi-Zeug, aber nicht übertrieben viel. Also vor 8.3 waren nämlich die Stoffkosten auf den Servern, wo ich aktiv bin, so bei 2 Gold, knapp unter 2 Gold. Manchmal ein bisschen über 2, aber es hat sich meistens auf 2 Gold eingepegelt. Und jetzt habe ich, zumindest auf Antonidas und Blackmore, Stoffpreise von, ja, teilweise 3, 4 Gold. Und wenn ich dann 4 Gold anstatt 2 Gold habe, hört sich jetzt zwar nicht viel an, aber es ist eine Verdoppelung. Und dann kostet mich halt ein Expulsum nicht mehr 200 Gold, sondern auf einmal 400 Gold. Dann brauche ich nicht mehr ein Expulsum, um ein Item herzustellen, sondern 5 Expulsum. Und schon bin ich bei einem Item bei 2.000 Gold Herstellkosten nur fürs Expulsum, wo ich davor vielleicht bei 200 Gold war. Und dann ist es natürlich ein krasser Sprung. Wenn sich sowohl das Expulsum vervielfältigt, als auch die Kosten für die Herstellung von dem, dann hat man natürlich extreme Kostensprünge. Deswegen musste ich viel, viel mehr Expulsum schaffen und es war halt auch viel, viel teurer als noch vor 8.2. Aber ich will mich nicht beklagen, wir machen jetzt auch wieder Gold. Die Preise von den Items sind nach oben gegangen. Jetzt gucken wir an, hier haben wir 200k drin. Das ist mein Charme, mit dem ich die Compendiums herstelle, also sprich, oder Compendien, so rum. Das sind die Inschriften-Items. Und die haben wieder stark angezogen. Also diese Trinkets, da geht wieder einiges. Auch teilweise hier diese Schildhände für 8k verkauft, da kann man nicht motzen. 220.000, das bringt natürlich wieder einiges rein. Und damit müssten wir schon fast wieder die Anschaffungskosten kompensiert haben. Ihr wisst, wir haben ja die 400k in etwa an Kosten gehabt, die wir investiert haben. Und jetzt haben wir hier 200k auf den anderen hatten wir 100k auf dem anderen 70k. Also so in etwa müssten wir die 400k drin haben. Wir haben aber natürlich auch noch ein paar andere Charts, auf Blackmore unter anderem, wo wir da auch nochmal, denke ich mal, ein bisschen was rausgezogen haben. So, 220k. 220k. Jetzt schauen wir mal, wo wir overall jetzt liegen. Und zwar, ja, wir sind wieder bei 6,4 Millionen. Und alles, was wir jetzt dann noch rausholen, ist quasi so ein Zuckerle obendrauf. Ja, genau. Also das haben wir. Die 6,4 Millionen haben wir jetzt auf jeden Fall schon wieder drin. Jetzt gehen wir einmal nach Blackmore. Blackmore, hier haben wir es. Die anderen, also auf Ereda, Lothor und Egwin, da bin ich auch mal ein bisschen was am einstellen. Aber tatsächlich ist es da so, dass nur minimale Beträge umgesetzt werden. Und das lohnt sich jetzt hier fürs Opening nicht. Da stelle ich ja nur ein paar Transmog-Items ein, ein paar Pads, die ich noch rumliegen habe. Ich spreade so ein bisschen die Pads tatsächlich auf mehrere Server, weil man jetzt zum Beispiel von Inseln oder anderen Aktivitäten oftmals viele Pads doppelt, dreifach, zehnfach manchmal hat. Und wenn ich jetzt auf einem Server zehnmal das neue Pad rein stelle, macht natürlich weniger Sinn. Dann versuche ich auf dem einen Server drei reinzustellen, auf dem anderen zwei, auf dem nächsten wieder zwei. Das ist so ein bisschen Splitte und die sind meistens fast nichts wert. Aber bevor ich sie wegschmeiße, versuche ich sie halt immer mal wieder ins AHA zu stellen und wenigstens ein bisschen was an Gold zu bekommen. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Ah, ja, hier stelle ich auch noch ein paar von den Compendium-Dingern rein. Auch wieder Inschriften-Kunde Char. Und der hat zusätzlich noch Schneider. Und da haben wir jetzt 144.000 Gold. Das ist auch wieder nett. So langsam entwickelt sich auch mein Gold auf Blackmore. Also ich bin ja, bevor ich mit den Berufen durchgestartet habe, war ich ja mal fast auf, oder ich war mal auf Null hier, weil ich halt auch erstmal für die Berufe investieren musste. Und jetzt mittlerweile haben wir schon knapp ein bisschen über zwei Millionen. Das ist schon ganz nett. Also das hat sich schon ausgezahlt, da dran zu bleiben. So, dann haben wir jetzt noch einen Char. Und bei dem habe ich auch schon mal immer mal wieder reingelinzt. Der hat nämlich tatsächlich einen sehr, sehr guten Umsatz gemacht. Das ist jetzt mal ein Char, der Schmied und Lederer hat. Und auf Antonia, das habe ich ja mit dem Main gerade zu 100k gemacht. Und hier auf Blackmore habe ich tatsächlich um einiges mehr gemacht als diese 100k. Und wie viel es genau ist, werden wir jetzt gleich sehen. Da habe ich jetzt auch noch nicht reingeguckt. Aber ich glaube, ich war so knapp über 300k tatsächlich. Also da schon einiges. Hier habe ich auch schon wieder Post. Sollen wir das noch mit reinnehmen? Hier die Post, die jetzt gerade noch angekommen ist. Ich glaube, das tun wir beim nächsten Mal mit reinnehmen. Da muss ich jetzt den Betrag nicht nochmal abändern an der Stelle. So, eingeloggt sind wir. Was haben wir jetzt? 315k, seht ihr? Das ist richtig krass. Und ich habe gar nicht so viele Items verkauft. 69 sind das gerade mal. Liegt halt daran, weil viele Items, hier diese Waffen vor allem, teilweise mit 9000, hier eine mit 14.000, 15.000, 14.000. Viele sind auf den Markt rausgegangen und da konnte ich dann teilweise Items für sehr gute Preise verkaufen. Das nehmen wir jetzt mal alles raus. Und das pusht ihr natürlich ungemein hoch. Also ihr seht ja, war bei 700k, 300k drauf. Da geht natürlich einiges. Also so viel Umsatz habe ich, glaube ich, mit dem hier noch gar nicht gemacht. Das waren immer, ich glaube, so 100, 180k war mal das Höchste. Jetzt haben wir es fast gedoppelt. Ist eine schicke Sache. Jetzt hat der Char alleine schon mal hier über eine Million Gold. Das ist doch sehr, sehr schön, wenn das Gold hier am Fließen ist. So, dann können wir gucken, auf was wir insgesamt kommen. 6.878.000. Und ihr müsst überlegen, ich habe ja alle Items neu gecraftet. Also die 400k, die ich investiert habe, das war ja quasi Gold für alle Items, die ich neu gecraftet habe. Ich habe ja nicht jetzt alles wieder verkauft, sondern nur einen Teil. Und da haben wir auf jeden Fall dick Gewinn gemacht. Das haben wir 8, 7, 8. Und damit haben wir jetzt 1,4 Millionen verdient. Ist natürlich trotzdem nicht so krass, weil es waren ja jetzt in Anführungszeichen zwei Wochen. Aber dafür, dass ich die erste Woche so gut wie gar nichts gemacht habe, ist es recht okay. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ich geboostet habe die letzte Zeit. Ich habe tatsächlich wieder ein bisschen mehr Freehold-Anfragen gekriegt, weil jetzt dieses Korrasrache nicht mehr ist. Das ist das zum einen. Und zum anderen meistens Inseln jetzt in letzter Zeit. Viele brauchen wieder das Insel-Cap. Und das ist recht lukrativ für mich, vor allem, weil ich halt oft auch PvP-Inseln booste. Und da geht ganz gut was ab. So, dann gucken wir mal, was der Overall-Gold-Stand im Moment ist. Wir sind jetzt bei 14.958.000. Also, ja, 50.000 oder knappe 40.000 von 15 Millionen weg. Und jetzt wird es langsam interessant. Das ist langsam so der Bereich, wo ich sagen kann, okay, ich kann jetzt vielleicht schon mal Ausschau halten nach dem letzten Kartenspiel-Mount, was mir fehlt. Das ist ja das Magic Rooster-Egg. Gut, ja, mal gucken. Vielleicht kann ich jetzt in der nächsten Zeit da mal mir eins irgendwo angeln. Ein bisschen mehr muss ich wahrscheinlich dann noch erfahren, weil die Leute meistens auf kleineren Servern das Gold nicht wollen. Und ich habe ja jetzt nicht alles auf großen Servern wie Blackmore und Antonidas, aber das meiste zumindest. Gut, das war es mit dem kleinen Gold-Tagebuch-Video. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt zum Goldfarmen, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde mir einiges mal angucken. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Teller. Bis dann. Ciao.